Ich bin heute hier, weil ich es mit initiiert habe, weil mir das Thema eben ganz wichtig ist, weil ich möchte, dass es in der katholischen Kirche zu Veränderungen kommt und weil es mir auch ein Anliegen ist, Frauen zu bewegen und zu motivieren, ihre Stimme zu erheben und sich für dieses Thema stark zu machen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um durch diese Menschenkette deutlich zu machen, dass wirklich durch diese Verbindung untereinander auch Änderungen möglich sind und dass wir zumindest erstmal unsere Stimme erheben können und deutlich machen können, wir sind ganz viele unterwegs, die haben die gleichen Gedanken, die sind für dieses Anliegen unterwegs und wir hoffen, dass es gehört wird. Frauen, worauf wartet ihr? Frauen steht auf!